Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf den Kaffee, der letzten Folge unseres Podcast-Formats vor der Sommerpause. Und dafür haben wir ein ganz besonderes Thema mit dabei, das Thema Wunder. Wo erleben wir eigentlich Wunder? Was sind Wunder? Und wie können wir mehr Wunder erleben? Oder gibt es Wunder eigentlich? Also irgendwie ein ganz spannendes Thema. Ich bin gespannt, mit dir, Johannes, darüber ins Gespräch zu kommen. Aber vielleicht können wir ja wirklich mal damit starten. Was ist eigentlich ein Wunder? So, was würdest du sagen? Ja, also ich glaube, diese ganze Idee von den Wundern, die uns ja auch so biblisch überliefert sind, das ist ja so ein bisschen so der Stachel im Fleisch des christlichen Glaubens. Immer so in dieser naturwissenschaftlich aufgeklärten Welt. Aha, ihr glaubt also, Jesus ist übers Wasser gelaufen. Genau, der hat Tote auferweckt und so weiter. Das ist ja immer so ein bisschen so Anlass dazu, sich selber vor dieser ganzen naturwissenschaftlichen und aufgeklärten Welt immer so rechtfertigen zu müssen. Absolut. Es hat immer so ein bisschen diesen, so ein bisschen so naiven Anstress, wenn jemand an Wunder glaubt. Genau. Und das fand ich zum Beispiel in der Predigt, die Matze ja gehalten hat zu dem Thema Wunder. Gerne nochmal reinklicken, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Genau, auf jeden Fall. Ich fand es total spannend, wie er damit einstieg mit einer Theologin, also wirklich auch einer Wissenschaftlerin, an der nochmal deutlich geworden ist, in anderen Teilen der Welt ist das völlig anders. Da gehört dieser Glaube an Wunder total zum Christentum dazu und das ist totaler Teil dieser Realität. Das sind halt wir hier irgendwie im Westen und im globalen Norden, die irgendwie sagen, naja, das mit den Wundern, das... Ja, ja, das streichen wir mal so ein bisschen raus, weil das so ein bisschen, ja, das passt ja nicht mehr. Aber ich, genau, ich sehe das eigentlich auch anders und ich sehe da auch manchmal so ein bisschen eine gewisse Arroganz drin, die ich für falsch halte. Für mich persönlich gehört es dazu, an einen lebendigen Gott zu glauben, auch daran zu glauben, dass er eingreift, dass er Dinge tut, dass er Dinge verändert. In dieser Welt, in meinem Leben, im Kleinen und zum Teil auch im Großen. Und von daher würde ich sagen, ja, dann glaube ich ein Wunder. Wenn ein Wunder das ist, dass Gott eingreift, dass Gott sich lebendig zeigt und wirkt, dann klar. Wie tut er das dann an der Stelle? Also was sind die Momente, die wir dann als solche Wunder begreifen, als das Eingreifen Gottes? Ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, dass sich unser Leben und unsere Welt in Regeln und in Normen und in Strukturen irgendwie organisieren lässt für unsere eigene Wahrnehmung. Das hilft uns ja auch total. Wo wir mit den größtmöglichen Wahrscheinlichkeiten rechnen und so weiter oder mit Statistiken und Durchschnittswerten und so. Und das ist irgendwie normal und das sind unsere Regeln und daran halten sich auch alle. Die stellt auch erstmal niemand in Frage. Da gehen jetzt alle von aus. Und es ist ja auch total wichtig und hilfreich, dass es das gibt. Also es wäre wahnsinnig anstrengend und umständlich, ständig so Tatsachen wie die Schwerkraft oder so zum Beispiel diskutieren zu wollen. Klar. Sondern davon geht man irgendwie aus. Aber was passiert dann, wenn gerade diese Regeln, die wir geschaffen haben, uns ganz viele Sachen zu erklären, uns das Leben einfacher zu machen, wenn die halt durchbrochen werden. Und das gibt es ja. Durch ein Wunder. Genau. Durch ein Wunder. Und das gibt es ja im Großen wie im Kleinen. Und das müssen auch gar nicht unbedingt halt tatsächlich irgendwie medizinisch unerklärbare Heilungen sein oder so. Gibt es auch, aber ja. Sondern das können ja auch Regelbrüche sein im Zwischenmenschlichen zum Beispiel. Also wo Versöhnung geschieht, mit der niemand mehr gerechnet hat. Weil das ist nicht die Regel. Da ist so viel Zerbruch geschehen. Die Regel wäre eigentlich, die Scherben sammelt keiner mehr auf. Und am Ende doch. Am Ende werden diese Regeln oder das, was irgendwie normal oder vielleicht auch verständlich oder nachvollziehbar erscheint, irgendwie durchbrochen und Versöhnung ist wieder möglich. Da wird deine Beziehung auch irgendwie wieder heil gemacht. Ja, genau. Ich finde auch, also immer wenn ich das erlebe, bei mir selbst und bei anderen, da denke ich immer, ah, das hat sowas Bewegendes. Das hat irgendwie auch irgendwie was Göttliches. Also nach einem Streit zusammenzukommen und sich zu versöhnen. Ja. Und sich zu vergeben, was schiefgelaufen ist auch. Das ist ein ganz großes, tolles Beispiel auch irgendwie. Ein kleines Wunder. Und ein tolles Bild für das, wie Gott mit uns umgeht. Ja, ja. Also, ja, wenn du das erlebst, keine Ahnung, du schreitest dich mit deiner Frau und ihr versöhnt euch. Ja, es ist ein bisschen im Kleinen so, wie Gott mit uns irgendwie auch Versöhnung schafft. Ja, wie Gott trotz allem, was uns manchmal auch passiert an blöden Sachen und an Fehlern und so, Gott uns trotz allem treu annimmt. Ja. Genau, also dafür finde ich das ein tolles Bild eigentlich. Genau. Ich würde es so bezeichnen, also auf die Frage, was ist ein Wunder, es ist der Einbruch von Gottes Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit. In Moment. Großartige Definition. So, wo ist, ich glaube, ich habe es hier aber auch bei einem schlaueren Menschen irgendwo mal gelesen. Aber ich fand es so gut. Klingt auch so, aber. Ich kann es leider, ich kann leider die Quelle nicht mehr, die Quelle nicht mehr angeben. Aber genau der Punkt, ob das jetzt Versöhnung ist, ob das Heilung ist oder vielleicht auch tatsächlich auch einfach das Ende eines leidvollen Weges. Das irgendwie zu begreifen als eine göttliche Wirklichkeit, die in unsere Wirklichkeit ja einbricht. In größeren oder in kleineren Momenten. Ich glaube, da kommt man so am nächsten Rand an das Versöhnung. Und das fasst, glaube ich, diesen weiten Horizont von Wundern und mit diesen vielen Aspekten, die so ein Wunder auch haben kann, fasst das ganz gut zusammen. Und Gott bricht ein, das ist es ja. Also da, wo ich mit Gott in Beziehung lebe, da, wo Gott mir nahe kommt, da ist es ja immer so ein kleines Einbrechen von Gottes Wirklichkeit in meinem Leben. Da, wo ich Gott spüre, ein Stückchen Trost spüre in der Situation, die eigentlich aussichtslos scheint. Oder wo ich ein Stück Frieden spüre in einer total stressigen Zeit, weil ich weiß, Gott ist an meiner Seite, weil ich mich getragen fühle, gehalten fühle. Also das finde ich auch, ist schon, nehmen wir vielleicht selbstverständlich manchmal, aber auch das ist doch irgendwie ein Wunder, weil Gott mir nahe kommt. Ja, keine Sorge, wir haben natürlich auch wieder unsere Fragenkasse dabei und ich würde sagen, wir fangen damit jetzt nochmal an. Ja, das ist gut, schön, dass wir jetzt erstmal eine gute Definition festgehalten haben. Genau, so macht man das ja. Das ist jetzt unsere Arbeitsdefinition und ich würde jetzt einfach mal die erste Frage ziehen und mal schauen, was wir uns da schlau ausgedacht haben. Okay, das heißt, die geht jetzt an mich, die Frage, ne? Die geht jetzt an dich. Wenn sie zu schwer ist, dann geht sie an dich. Zwar lautet die Frage, wo erlebst du Wunder? Ah ja, ja super. Also Teile davon habe ich gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Also da, wo ich in meiner Gottesbeziehung Gottesnähe spüre, wo Gott mir neue Hoffnung gibt, neue Kraft gibt, Perspektive schenkt, wo ich mich getragen und gehalten fühle. Ich glaube, das ist für mich so eine ganz alltägliche Art von Wunder. Genau, also es ist nicht immer mit den krassen Emotionen begleitet, aber manchmal eben dann auch schon, dass ich wirklich spüre, Gott ist an meiner Seite. Und dann würde ich aber auch sagen, ganz viel in der Gemeinde, ganz viel durch andere Menschen. Ja, wenn ich merke, okay, hier ist eine liebevolle Atmosphäre im Miteinander. Oder jemand kommt auf mich zu und sagt, hey, das hat mich heute total berührt. Manchmal bei Predigten, wo ich sage, oh, jetzt war kein Meisterstück. Und dann kommen Leute und sagen, war genau richtig für mich. Da denke ich mir, ja, okay, also das hat nicht ich gemacht. Das, was da passiert ist jetzt, das hat nicht ich gemacht. Da hat Gott Herzen berührt. Ja. Und das ist, glaube ich, gerade, wo ich relativ viel Wunder erlebe. Wie ist es bei dir? Ja, das hat bei mir viel damit zu tun, ob ich mir den Raum und die Zeit gebe, bestimmte Dinge halt nochmal anders wahrzunehmen, auch mich selber wahrzunehmen. Und das Erste, woran ich denken musste, als ich so die Frage hatte, das waren so, das war auch so die Idee von, wie klein ich eigentlich in dieser großen, genialen Schöpfung bin. Also ein Bild, an das ich denken musste, war die Aussicht, als wir mal mit einer Segelfreizeit aufs Meer gefahren sind und wir an einem Punkt waren, wo wir rings um uns rum kein bisschen Land mehr gesehen haben. Und ich bin halt da drauf. Ich bin Teil irgendwie dieses großen Ganzen. Und das schon irgendwie so in den Momenten, in denen ich mich selber auf der einen Seite ganz klein, aber auf der anderen Seite auch total inbegriffen in diesem großen Ganzen fühle. Das war für mich allein die Tatsache, dass es mich gibt, mich als Person auf dieser Welt, zu dieser Zeit, mit all den Schöpfungswundern um mich herum, mit der Weite. Das ist ein Wunder, hat auf jeden Fall was Wundervolles. Das ist für mich so ein Punkt. Und das andere ist, glaube ich, dass ich glaube, dass viele so gesellschaftliche Entwicklungen, wo Menschen mehr Freiheit, zu mehr Freiheit kommen, dass das auch was mit Gottes Wirken in dieser Welt zu tun hat. Also wo Menschen dazu befähigt werden oder sich das erstreiten wirklich, den Mut fassen, für sich selber einzutreten, für die eigenen Rechte einzutreten. Und dass Menschen dazukommen, dass Bewegungen entstehen. Also ich finde gerade irgendwie die Bürgerrechtsbewegung in den USA ist, finde ich, ein fantastisches Beispiel dafür, von dem ich glaube, das hat auch was mit göttlichem Wirken in dieser Welt zu tun. Ja, Stückreich Gottes in dieser Welt. Genau, wo Gerechtigkeit und Frieden irgendwie in dieser Welt Raum einnimmt. Und ich glaube sogar, dass es dafür noch nicht mehr irgendwie einen frommen Baptistenpastor an vorderster Front braucht, sondern überall, wo Menschen für Gerechtigkeit einstehen und wo Bewegung in die Sache kommt. Und Menschen frei werden von Systemen und Strukturen, die sie unterdrücken. Und das ist zum Teil echt hart erkämpft. Aber ich glaube auch, das ist irgendwie eine Wirkungsweise und auch eine Regierungsweise Gottes in dieser Welt, weil er will, dass Menschen in Frieden und in Gerechtigkeit leben. Und das ist ein Wunder, weil das hätte nicht so sein müssen. Das hätte nicht so friedlich sein müssen. Und weißt du, ich finde, dass wir da ein bisschen verlernt haben, den Blick auch drauf zu richten. Also das sind ja, es gibt ganz schlimme Entwicklungen in dieser Welt, aber es gibt auch ganz großartige Entwicklungen in dieser Welt. Und ich glaube, wir müssen beides wahrnehmen. Und gerade konzentrieren wir uns eher auf die Schlimmen, habe ich manchmal den Eindruck, das ist bei mir jedenfalls so. Und aber solche Bewegungen auch wahrzunehmen und sich darüber zu freuen und Gott dafür auch zu danken, dass es Punkte gibt, an denen die Welt ein Stück besser wird. Finde ich ganz wichtig. Auf jeden Fall. Und auch den Schöpfungsaspekt finde ich toll. Also jetzt ist eine großartige Jahreszeit. Ich war jetzt neulich im Wald. Ich dachte, wie wahnsinnig gut ist das, wenn alles blüht. Das ist der Hammer. Wirklich. Das ist einfach der Hammer. Gott ist gut, ey. So, jetzt ziehe ich eine Frage für dich hier mal, mein Lieber. Okay. Wie reagierst du auf Wunder? Also du stehst jetzt gerade hier und überall Wasser drumherum. Ja. Ich glaube, das sind so zwei Emotionen. Das eine ist, ja oder drei. Das eine ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ich davon irgendwie teil sein darf, dass ich daran teilhaben darf, dass ich das sehe. Ähm, dass bestimmte Dinge, wo ich mir auch, wo ich auch auf Wunder gehofft habe oder einfach auf Gottes Eingreifen gehofft habe, dass sich das erfüllt hat. Dass Gott an der Stelle meine Erwartungen, ja, nicht enttäuscht hat, vielleicht sogar übertroffen hat. Ähm, das ist so das eine. Auch, auch ein Gefühl von Demut. Mhm. Das ist ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen ein negativ besetzter Begriff. Niemand will irgendwie so demütig sein, aber, aber so ein Wunder, das zeigt einem, finde ich, auch immer so ein bisschen, wo jetzt auch der eigene Platz in dem ganzen Gefüge ist. Ja, und ich finde es ja, also, ja, vielleicht ist es manchmal demütigen und so, dass die irgendwie negativ konnotiert, aber es ist so. Also, also Menschen, die demütig sein können, finde ich grandios. Ja. Ja, klar. Genau. Und, ähm, das Dritte ist, ja, auch Begeisterung für die Sache. Also, irgendwie, das setzt mich auch in Bewegung, so. Das ist, ähm, Glaube lebt ja auch total davon. Das ist ja auch das, was du vorhin mit der Gemeinschaft angesprochen hast. In Gemeinschaft erleben wir, erleben wir ja auch Gottes Wirken. Also, Gott hat sich, glaube ich, wirklich Gemeinschaft ausgesucht, um zu sagen, da, da bin ich mit drin. Hier, hier in dieser Gemeinschaft, ähm, möchte ich, möchte ich von, möchte ich von meinen, von meinen Söhnen und Töchtern erlebt werden. So, und dann begeistert mich das. Auch eine gute Gemeinschaft begeistert mich einfach und ich habe Lust, davon teilzuwerden. Ich habe Lust, mich da rein zu investieren. Das setzt mich in Bewegung. Das gibt mir, ähm, das gibt mir Kraft und, ähm, Mut, da mich irgendwie reinzugeben. Also, ich würde da, ja, die drei Sachen, also, Dankbarkeit, Demut und Begeisterung. Ja. Das sind so die Dinge, die bei mir so ein Wunder auslösen. Schön. Ja, super. Ja. Kann ich, äh, kann ich gut, äh, gut anknüpfen. Also, geht mir auch so. Also, Gott auch ganz explizit zu danken. Und gleichzeitig merke ich manchmal, wie, äh, bin ich erschreckt manchmal, wie, ähm, wie schnell so eine Erfahrung auch irgendwie wieder abflacht. Ja. Ja, ja. Gott tut ein Wunder, ähm, und eine Woche später, äh, ja, ist sie so. Begeisterung auch dann wieder weg. Und ich bin nicht mehr dankbar, sondern hab wieder meinen Bittenkatalog, den ich so an Gott wende. Und irgendwie, ähm, manchmal würde ich mir wünschen, ich würde länger davon zehren. Ja. Ja, und, äh, ich glaube, man muss sich eben diese Erfahrungen mit einem ganz dankbaren Blick, äh, auch einfach im Herzen behalten. Ja. Also, irgendwie, ähm, dass man vielleicht sich was aufschreibt dazu oder so, aber auf jeden Fall irgendwie immer mal wieder zurückgeht an diesen Punkt, wo man so etwas äußert. Erlebt hat. Ja. Ich glaube, das ist total stärkend im Glauben. Mmh. Hat man ja das Gefühl, wir als Leute, die irgendwie sagen, wir, 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 wir glauben an Gott, wir folgen irgendwie Jesus nach in unserem Leben. Wir müssten ja ständig Wunder erleben. Die ganze Zeit. Finde ich, also mir gilt es so, ich lese die Evangelien durch, da wird jemand geheilt, da wird jemand, äh, 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 ein Dämon ausgetrieben, whatever. Jesus läuft über Wasser, ständig Wunder. Ja, und man ist selber, finde ich, manchmal so ein bisschen enttäuscht, oder vielleicht kennst du das auch so, boah, Michael, er lebt das irgendwie nicht so. Aber die Tatsache ist ja, den Leuten, denen diese Wunder geschehen, so, ne, Bartimäus oder so, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Ja. Der passiert einmal, und das werde ich, das wäre eigentlich cool, eigentlich da mal weiterzugucken und zu schauen, wie ging es denn mit Bartimäus dann hinterher weiter? Mhm. Fand er das vielleicht doch irgendwann doof, so, oh, jetzt, dass, dass, dass er sehen kann, also auch, keine Ahnung, viel mehr, viel mehr Verantwortung oder so, oder er muss viele Sachen auch irgendwie neu, ähm, neu, neu lernen. Mhm. Ähm, oder, ähm, wie, wie, wie war das, wie war das für ihn, so, ne, oder genau der Punkt. Interessant, ja. Wie hat er eigentlich, wie, das gemacht, dass er von dieser einen Erfahrung so sehr gezerrt hat? Mhm. War er, war er sein Leben lang begeisterter Jesus-Nachfolger? Oder hat er auch, was waren seine Zweifel? Ja. Das würde mich auch total interessieren, das stimmt. Ja, oder hat er dann auch einfach irgendwie gesagt, ja gut, das ist super, dass ich jetzt irgendwie sehen kann und du bist ja so ein Davids und jetzt lerne ich einen Beruf. Ja. Und dann ist das auch, also. Kann ja sein, ne? Aber ich finde diesen Punkt total gut. Seinen Alltag weitergemacht. Genau. Ich finde diesen Punkt total gut, dass man sich das mal, glaube ich, klar machen muss, dass das auch für die Menschen da so ein einmaliges Erlebnis ist, ne? Ja, also diese Wunderfrömmigkeit, ja, dass quasi mein Glaube nur davon lebt, dass ich am besten tagtäglich ein etwas größeres, übernatürliches Wunder erlebe. Ich glaube, dass das enormes Enttäuschungspotenzial hat und dass das auch nicht das ist, was Menschen, ja, ich glaube nicht, dass das der Regelfall ist. Ja, also es gibt halt. Natürlich gibt es diese Wunder, ne? Aber, ja, wie du sagst, es sind eben einmalige Sachen. Und ich glaube, wir müssen die Wunder Gottes auch nicht nur im Übernatürlichen suchen, sondern auch im Natürlichen, da wo Gott erlebbar wird, wo Gott eingreift. Ja, genau. Und das tut er eben nicht nur im Übernatürlichen, sondern auch im Natürlichen so, ne? Und das finde ich, ich glaube, manchmal gibt es da so ein bisschen, so eine Verschiebung irgendwie dahin, dass Glaube nur in diesem Übernatürlichen Sphäre irgendwie stattfindet. Ich weiß nicht, ob es das war, was du ja auch so ein bisschen meintest jetzt. Ja, auch so ein bisschen. Also ich persönlich tue mich mittlerweile so ein bisschen schwer, das halt so zu trennen, so das Natürliche oder das Übernatürliche. Weil das Übernatürliche, habe ich so das Gefühl, das wird immer nur dadurch markiert, dass wir es uns halt irgendwie nicht erklären können. Die Tatsache ist, dass, wenn man mal 200 Jahre zurückgeht, man sich eine ganze Menge Sachen noch nicht erklären konnte. Also rein so in diesem ganzen naturwissenschaftlichen Ding. Und dass das einfach total abhängig ist von den Erkenntnissen, die wir uns gerade irgendwie erarbeiten können, was wir als übernatürlich bezeichnen und was nicht. Deswegen glaube ich, dass quasi dieser Einbruch von Gottes Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit eigentlich eine total natürliche Sache ist. Weil es Gottes Natur entspricht und unserer Natur entspricht, das als Gottes Eingreifen irgendwie zu sehen. Denn es gibt Dinge, die wir nicht erklären können, die wir noch nicht erklären können. Vielleicht können wir sie irgendwann erklären, dann ist es trotzdem noch ein Wunder. Also deswegen tue ich mir hier mal mit dieser Aufteilung so ein... Dass man nicht in so ein Lückendenken reinkommt, ne? Also da, wo wir Dinge noch nicht erklären können, da hat Gott Platz. Ja, ja, genau. Und bei allem, was wir erklären können, da ist Gott eigentlich dann raus. Ja, und deswegen finde ich diese Aufteilung manchmal so ein bisschen schwierig. Ja, und gleichzeitig weißt du ja, was ich meine, ne? Also diese ganz klassischen Wunderheilungen zum Beispiel. Ja, und da gibt es ja, muss man auch ganz ehrlich, und ich finde es auch wichtig, das einmal zu sagen, gibt es ja auch genug Hiopies da draußen, die das auch einfach ausnutzen. Also die dann auch ganz schwierige Sachen halt irgendwie sagen, wenn du nicht geheilt wirst, dann suche nach der Sünde in deinem Leben oder so ein Zeug. Die Tatsache ist, wir können Wunder nicht machen. Wir können nichts dafür tun, wir können uns darauf ausrichten, wir können uns irgendwie einnorden, wir können irgendwie uns das in Bewusstsein halten, dass wir einen lebendigen Gott haben. Aber den Einbruch von Gottes Wirklichkeit in unserer Wirklichkeit können wir nicht machen. Das stimmt. Es bleibt unverfügbar. Ich ziehe nochmal eine neue Frage. Okay. Was steht einem Wunder im Weg? Ui, spannend. Also da kann man ja gut anknüpfen jetzt. Gott ist unverfügbar und er wird sich seinen Weg bahnen. Von daher würde ich sagen, erstmal nichts. Ja, also Gott kann Wunder da tun, wo mein Herz völlig verhärtet ist. Das glaube ich, das glaube ich, dass Gott da wirklich trotzdem eingreifen kann. Und gleichzeitig andererseits glaube ich ja schon irgendwie, dass man auch Räume öffnen kann für Gottes Wirklichkeit und Gottes Wirken. Ja, es bleibt unverfügbar und trotzdem sagen wir ja, wenn wir Gottesdienst feiern, natürlich öffnen wir da einen Raum für Gottes Wirklichkeit. Und Gott hat auch versprochen, dass er da dazukommt irgendwie. Ja, und dann von daher sich allzu sehr von Gott abwenden, glaube ich. Gott keinen Raum mehr zu geben im eigenen Leben. Zumindest verstellt sich dann der Blick. Zumindest habe ich dann nicht mehr den Blick für die Wunder, die Gott tut in meinem Leben. Und wenn man sagt, Gottes Einbrechen in die Wirklichkeit, das kann auch bedeuten, dass ich mit Gott in Beziehung trete, Gottes Nähe spüre und erlebe, dann ist es natürlich schon so, wenn ich das gar nicht pflege, meine Gottesbeziehung. Ja, und es gibt auch Zeiten, wo ich mit Gott gar nicht anders im Gespräch sein kann, als durch Streiten und Hadern und Ringen und Klagen. Ja, das ist auch eine Form der Gottesbeziehung. Aber ich glaube, da, wo das ganz abeppt, wo ich dem einfach gar keine Bedeutung und gar keinen Raum mehr gebe, ich glaube dann, das kann schon dem im Wege stehen, dass ich auch die Wunder Gottes in dieser Welt sehe und erlebe. Ja, ich glaube auch, man muss gar nichts. Aber ich glaube, es hilft, die eigene Wirklichkeit auch so dünn zu halten, dass halt auch durchgebrochen werden kann, dass man durchschauen kann, dass man es erkennt. Und das meine ich gerade mit der Ausrichtung darauf, auf Gottes Wirklichkeit, darauf zu schauen und damit zu rechnen. Ja, genau. Was niemals bedeutet, dass man es halt eben irgendwie erzwingen kann. Nee, überhaupt nicht. Also man muss jetzt keine Ahnung, also ich kenne das schon irgendwie so die Idee davon damals irgendwie, als ich noch so Teenie-Christ irgendwie war, die Idee von, wenn ich jetzt für die Klausur nicht lerne, aber trotzdem gut schreibe, hat Gott vielleicht ein Wunder gemacht. Dann habe ich irgendwas, worüber ich erzählen kann, wie cool Gott ist da. Weil ich habe nur gebetet und gar nicht gelernt. Also das ist, das meine ich, du kannst das nicht erzwingen und man, Wunder zu erwarten heißt nicht, dass man dabei doof wird. Nee, genau. Aber trotzdem, und auch von der Seite vom Wert kann man natürlich fallen, dass man es gar nicht mehr erwartet. Ja, genau. Und das, da sollte man sich, also ich finde, wir können etwas von Gott erwarten. Ja. Ja klar, wenn wir Jesus nachfolgen, dann können wir auch erwarten, dass er Dinge tut. Bin ich fest von überzeugt. Ja, wir folgen einem Gott nach, der selbst Mensch geworden ist und der auferstanden ist von den Toten. Also es ist maximal groß so, ne? Also natürlich können wir was erwarten von Gott. Ja. Finde ich auch ganz wichtig, dass man sich das beibehält. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Gut. Okay, letzte Frage. Die haben wir noch, ja. Die darf ich dir stellen. Aber schauen wir mal. Ah, was erwarte ich von Gott? Wir haben ja gerade von der Erwartung gesprochen. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gerade in einer Situation sind, in der uns oft nur Wunder weiterhelfen können. Wenn man jetzt auf die Lage der Welt schaut, wenn man auf das Ergebnis der Europawahlen schaut, wenn man auf die Kriegsherde dieser Welt schaut und die Klimakipppunkte und so weiter. Ich muss das auch gar nicht irgendwie alles aufführen. Aber dass ich manchmal denke, ja, ohne ein Wunder wird es halt nicht. Wie auch immer. Wie auch immer das Wunder dann am Ende aussieht. Weil man den Ausweg einfach nicht sieht, ne? Einsicht bei den Menschen, die die Verantwortung tragen, dass sie über ihren eigenen Schatten springen und aufeinander zugehen. Und dass klar wird, wir haben ein Ziel, dass wir hier friedlich und sicher gemeinsam auf diesem Planeten leben und mit diesem Planeten leben und nicht gegen ihn. Wenn diese Einsicht sich so durchsetzt, dass sich wirklich was verändert, dann wäre das in meinen Augen auf jeden Fall ein Wunder. Auf der anderen Seite aber lebe ich ja selber auch in einer Hoffnung, die diese Welt und ihre eigenen Grenzen auch übersteigt. Also es muss sich hier auf dieser Erde nicht das Paradies wieder errichtet werden. Wir müssen irgendwie Möglichkeiten finden, möglichst gut miteinander leben zu können. Und insofern ist die eine große Erwartung die, dass Gott irgendwann alles neu macht. Und darauf freue ich mich total und das gibt mir total viel Sicherheit. Ich hoffe, das ist jetzt erstmal so konkret genug. Ne, das ist wunderbar. Es ist die große Perspektive, auf die wir zugehen. Das große Wunder Gottes und alles läuft darauf hinaus irgendwie. Sonst gibt es natürlich total viele kleine Dinge, auf die ich hoffe, die ich mir wünsche. Das hat natürlich einfach damit zu tun, dass es allen aus meiner Familie möglichst lange gut geht. Und dass sie irgendwie ein erfülltes Leben leben können. Und solche Sachen. Ansonsten gibt es jetzt tatsächlich gerade so ganz akut gar kein Ding, wo ich sage, da brauche ich wirklich ein Wunder, damit es irgendwie weitergeht. Ansonsten ist eigentlich alles ganz cool. Das ist auch schön. Aber diese große Perspektive, die finde ich einfach total wichtig. Ja, super. Ich danke dir, Johannes. Also wenn ich meins nochmal runterbrechen würde, ich würde sagen, dass Jesus wirklich einen Unterschied macht im Leben von Menschen. Ich wünsche mir, das zu erleben, dass Jesus Menschen tröstet, Menschen Hoffnung schenkt, neue Perspektive schenkt, neue Kraft schenkt, neuen Mut schenkt. Und das erlebe ich an ganz vielen Stellen in meinem eigenen Leben, aber auch in meinem Umfeld. Und das ist großartig. Und das ist die Erwartung, die ich auch weiterhin habe. Und gleichzeitig diese große Perspektive natürlich zu haben und auch sagen zu können, ja, wir können nicht alles verändern. Wir können nicht alles in Ordnung bringen von diesen großen Themen, die du gerade schon angesprochen hast. Aber diese Welt, die ist noch in eines anderen Hand. Die ist noch in Gottes Hand. Und wir steuern da auf eine großartige Zukunft in Ewigkeit hin. Und das ist auch eine tolle Perspektive. Auf jeden Fall. Das war jetzt der letzte Podcast auf dem Kaffee vor der Sommerpause. Ja, hat Spaß gemacht, Johannes. Ja, ich fand es auch super. Es war schön, dass du mit dabei warst. Geh mir Gottes Segen. Wir sehen uns. Mach's gut. Einen großartigen Sommer, dir. Ciao. Ciao. Ciao.